Bojo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Ja Leute, ich schätze mal, das ist das letzte Mission, weil wir haben uns, wir haben eine schwierige Entscheidung getroffen, entweder mit Partnern zusammenarbeiten oder mit Hanako ihr Angebot annehmen oder Joneys Angebot annehmen. Also wenn man, ich erkläre es euch ein bisschen, wenn man Hanako ihr Angebot annehmen, dann ist es so wie eine Politikversammlung, also Politikerversammlung. Ich muss die Wahrheit über Yorinobu Arasaka von den ganzen Leuten erzählen, dass er dein Mörder ist. Aber sowas mache ich nicht, weil sonst übernimmt sie die Macht. Ja. Und bei Panam, also ich hätte eigentlich noch Panam genommen, aber da sitze ich aber viel Leben im Spiel. Und das will ich ja nicht. Ich hatte lieber Joneys Angebot angenommen, weil Joneys ist ja, ist ja overpowered, man hat es ja gesehen. Er scheint kein schlechter Kerl zu sein. Also ich, ich, ich liebe diesen Schauspieler. Der ist wirklich sehr gut. Und der sieht auch nicht schlecht aus. Ja, also wenn ich eine Frau wäre, hätte ich ihn genommen. Ich bin auch ganz ehrlich. Nicht nur Kenny Reese, sondern auch Ronaldo. Der sieht auch nicht schlecht aus. Also wenn ich nur eine Frau wäre. Ja. Okay, Leute. Wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. Sind hinterlegt. Papierkram liegt bei Asukaga in Finch. Wieso? Steht mir doch super. Fängt nur keine Kugeln ab. Aber wenn du meinst. Oh, Entschuldigung. Wie kann man das ablegen? Bereit? Oh. Oh. Ich mochte diese Frau. Werd sie vermissen. Immer wieder. Ja klar. Weil die Katzen rot spielen. Du verschwendest meine Zeit. Wegen Wieland. Was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel er dafür kriegt. Kann er was? Hat er es drauf? Sein Ziel ist, zu Night City-Legende zu werden. Wer will das nicht? Wer will das nicht? Nein. Wer will das nicht? worse. Der Motor und das ist nicht. Wer will das nicht? Weil das nicht mehr ist. Ich will das nicht mehr. Wir müssen das nicht mehr schätzen. Ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr schätzen. Weyland, bring uns hoch! Alles klar! Rogue! Ja? Bist so verdammt still? Alles okay? Ich kann, ich kann nur nicht glauben, dass wir das echt durchziehen. Da kommen wir dann noch hoch, bald, ja? Wie in alten Zeiten, oder? Wie in alten Zeiten. Weißt du, was ich an Night City am meisten mag? Ach ja, was denn? Das da unten. Siehst du das? Einen Tag bist du in der Gosse und am nächsten liegt dir die ganze Stadt zu Füßen. Diese ganze Scheißstadt! Der dir keiner was vorschreiben kann. Richtig mal diese Hurensöhne. Keine Ahnung, wie das endet. Aber ich sag dir, das gibt ein lautes Erwachen. Ja, die Stadt ist reif für einen neuen Wechsel. Scheiße, das ist so schön! Und es wird gleich noch schöner. Was soll das sein, sie? Ihr dreht euch in die Tüte und lasst mich nicht ziehen. Haha, träum weiter, Squammer. Guckt nach oben, Leute! Da, da ist Ronaldo, ich sieh's! Da! Die, die haben uns im Visier! Scheiße. Was machen wir? Unseren Plan durchziehen. Fuck! Triff, da ist die Tüte! Das ist die Tüte! Ich wusste es. Johnny hat sein Fahrt drauf. Scheiße! Hey, atmest du noch? Weyland ist nicht gesprungen. Wir holen Weyland ab. Okay. 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 Wir holen Weyland ab. Seid dich ausschalten. Entscheide du. Ich mach mit. Komm, wir haben noch nicht mehr gemacht. Halt ihn ab! Halt! Genau so! Stieh! Halt die Feuer! Stieh, getrofft! Jetzt bin ich richtig angepisst. Stefan, bestätigt! Hör auf, wenn du heulst. Oh! Oh, ich muss Item herstellen, ich habe keine Impulsions mehr. Los, los, los! Lass uns die Wichser glatt machen! Mal sehen, ob das Terminal nützlich ist. Okay, zum AD. Mach dein Kumpen, wenn du danken ausfindig. Ich hab Wayland gefunden. Lauf zum Wasserfall. Warte da auf dich. Du bist eine Einzelzähle, Liebe. Endlich. Fangen wir an. Hey Wayland, hörst du mich? Laut und und deutlich. Tür gehört mir. Erwarte Bericht! Jeder nimmt... Ich danke euch. Ich mag's nicht, wenn alle auf einem aufgetreten. Zerstreu sie lieber. Was den Haufen Leber umrundet. Nicht jetzt! Nichts wie weg hier! Bewegung! Okay. Oh, jetzt kann ich Item herstellen. коher... Das ist ungefähr «Müniger» ifie. Das wäre gut. gut. Das wäre gut. Das wäre gut. Das wäre gut. Dann ist das schon einmal gesehen. Ihr seid für Ärger. Ich würde mich wollen. Siehst du den? Hohes Tier. Hat den Zugang, den wir brauchen. Gehört dir, Johnny. Gehört dir, Johnny. Gehört dir, Johnny. Gehört dir, Johnny. Das war's für heute. Okay. 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 Oh. Okay. 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 Ohh. Das ist nicht gut. Das wird nie langweilig. Jetzt wieder versucht, hier Ärger anzufangen. Jetzt wieder versucht, hierzu. Jetzt wieder versucht, hierzu. Lass dich nicht entdecken. Halt doch! Hä? Heilige Zeit! Sieh! Genau so! Konzentration! Lass uns die Wichser platt machen! Wo lang jetzt? Wir müssen den Vorstuhl zu den Laboren finden. Schnellster Weg nach Mikrosch. Gibt's nur einen Weg! Lass uns die! Pass auf die Missgeburt auf! Ohoho! Leister! Die Direktsau, da gehört mir! Es gibt nur einen Weg! Nach vorne! Lass uns die Wichser platt machen! Lass uns die Wichser platt machen! Und jetzt Simpel! Wichser snores! Und jetzt! Den Knauen, so? Ja, ja. Hey, du warst immer die eine für mich. Weißt du doch. Ja, schon. Nur leider du nicht. Tja, hätte schlimmer sein können. Alter ist drin. Glaubst du, sie kommt durchs Eis? Sicherheitsmaßnahmen. Aber volle Kontrolle über das Gebäude. Der Weg nach Mikroschi ist frei. Pass. Jetzt. Ja, jetzt haben wir die Kontrolle. Durch alt. Ich bin schaffend. Ich bin schaffend. Nennen wir den Aufzug. Nennen wir den Aufzug. Bullshit. Lass dich jetzt nicht ablenken. Wir reden bei einem Drink darüber, wenn wir hier fertig sind. Ich gebe einen aus. Alte Knacker mit Geschichten von früher. Ist wie bei meiner Oma. Arasaka Netrunner haben die Tower-Systeme gestürmt. Sie aufzuweisen hat Priorität. Setzt euren Weg allein fort. Der Weg ist frei, aber ihr müsst euch beeilen. Wollte abhauen. Wollte Kanonenfutter. Eilige? Was ist aus ihr geworden? Eine Frau am Rande des Wahnsinns. Oh, Scheiße. Cunningham hat über die Jahrzehnte Fortschritte gemacht. Die Scheiße Fresser hat nie eine Chance. Los! Der Weg nach unten ist hinter der Tür. Der Ausland hätte alt hier ganz hart reingeleistet. Ich bereite momentan die Abwehr einer Netrunner-Attage von außerhalb vor. Ihr seid auf euch allein gestellt. Doch Beeilung. Eine Arasaka-Elite-Einheit ist bereits unterwegs. Beweigung! Wir sind so nah, dass ich die Daten fast riechen kann. Der Raum hinter der Schwerden. Dadurch. Dann kommt der Kerl. Oh. Du kannst die Zeit nicht zurück, aber du kannst von fort beginnen. Ich kenne mich doch, du Fotze. Oh! Das ist scheiße, Möscher, ihr Bastard! Bitte so. Das kommt dann nicht. Ich kenne mich. Ich kenne mich. Schau! Oh! In alle Hitsch! Oh! 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 Okay! Bleach Protokoll! E9! BD! Geh mal weg! Geh mal weg! Weg! E9! Ein C5! E9! E9! Oh! Mann! Demische Katze! Oh! Hahaha! Das kommt da nicht! Das kommt da nicht! Oh! 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 X3! Wirts lore! Ja! Nicht! Ist das duÉs? Ich hatte vergessen, wasLaughs.. wie er sich anfühlt! Ich würde im Konraten Felw positivo elevenstellen Millionen Mutter ich könnte dich erzählen! Los geht's! Du und ich hier sein könnten. Die Beste von allen. Und du hast sie getötet. Wie konnte das Risiko? Fragt mich, ob ich dich umbringen sollte. Rogue hat dich nie vergessen. Jetzt hat sie ihren Willen. Red keine Scheiß. Ich hab die alte Fotze gekillt. Du raffst es nicht, Smasher. Sie ist auf ihre Weise abgetreten. Den Luxus kriegst du nicht. Nein, war er uns verdient. Okay. 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 Achein. Hey, Wieland. Ja, Mann? Du bist in Ordnung. Viel Glück, Silverman. Der Zugangspunkt liegt vor dir. Verlinke dich damit. Dann finde mich auf der anderen Seite. Ja, wo ist Rock? Ja, wo ist Rock? Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, keine Ahnung, wo ihre Waffe ist. Moment mal, vielleicht habe ich irgendwo hier. Das ist nicht ihre Waffe. Das ist nicht ihre Waffe. Auch nicht ihre Waffe. Das ist nicht ihre Waffe. Ach, scheiß drauf. Ich weiß nicht, ob ich später dazu komme, also sage ich es einfach jetzt. Im Namen von V, danke. Und mir, mir tut es leid. Ich weiß nicht, ob ich später da bin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verdienen andere das Leben eher als du. Und trotzdem wünsche ich dir nicht den Tod. Da sprich mir nur eins, Arschloch. Vergiss mich nicht. Auf keinen Fall. Du liebst weiter, mein Freund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Guten Morgen, Vee. Ich hoffe, Ihre Nacht war angenehm. Sie haben keine neuen Nachrichten. Sie haben heute ein Meeting. Im Afterlife. Dallamain hat die Ankunft ihres Fahrzeugs zur vereinbarten Zeit bestätigt. Mir ist aufgefallen, dass für den Rest des Monats keine Termine anstehen. Soll ich mit der Planung beginnen? Nein, danke. Ist gut so. Perfekt. Ein schönen Tag. Hey, Boss. Hey, ist der schon da? Noch nicht. Aber der kommt pünktlich. Seine Leute haben vorher alles abgecheckt. Damit alles sauber ist, ehe er ankommt. Ha. Dachten, wir merken nichts. Die Ausrüstung? Alles geregelt mit den Knarren. Der Rest auch. Voller Tank. Startklar. Danke. Bin bald da. Danke. Danke. Guten Morgen, B. Hey, Del. Sind Sie bereit für den Start? Bring mich zum Afterlife. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Oh je, Sie sehen müde aus. Hatten Sie eine anstrengende Nacht? Anstrengende Wochen. Sind Sie nicht glücklich mit Ihrem Erfolg? Ich dachte, Sie hätten alles erreicht, was Sie wollten. Und der Stadt bewiesen, wer hier das Sagen hat. Kann ich helfen? Das würde ich wirklich gern. Ehrlich gesagt, es ist zu spät. Und mir kann man nicht helfen. Sie haben nach dem Angriff auf Mikoshi unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Und das Afterlife frisst Ihnen aus der Hand. Ich bin mir sicher... Lass gut sein, Del. Wie, Sie mal? Bring mich zur Afterlife. Wie ist die Stimmung in der Stadt? Arasakas Probleme nehmen weiterhin zu. Organisatorische Zerrüttung, die Aktien sind abgestürzt, das Vertrauen der Öffentlichkeit ist erschüttert und so weiter. Sicher deine Seele sollte ein riesiger Erfolg für Arasaka werden. Wurde stattdessen aber zu einem Fluch. Alle Ressourcen des Projekts gingen verloren. Die haben den Reichen und Sterblichkeit versprochen und verkauft. Und eigentlich in Gramme und Wissen gesammelt. Es ging um Macht. Kontrolle. Und auf der Straße? Gerüchten zufolge haben Sie etwas Großes angenommen. Von jemandem mit viel Macht und noch mehr Geld, der Sie unterstützt. Noch mehr Geld, der Sie unterstützt. Sonst nicht viel. Arasaka versucht in all dem Chaos wieder Ordnung herzustellen. Es scheint, als wären Sie und das Afterlife in Sicherheit. Vorerst. Gut zu wissen. Darf ich Sie etwas fragen, B? Na klar. Sie erwähnten kürzlich, dass Ihnen nur eine Sache wichtig ist. Von ganz oben auf Night City zu blicken. Ich hoffe, du weißt, was eine Metapher ist. Und sagst mir jetzt nicht, dass ich aufpassen soll, wenn ich aus dem Fenster gucke. Sarkasmus. Witzig. Nein, ich möchte Sie fragen, was folgen wird, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben. Ich werde zufrieden sein. Wirklich? Scheiße, das hoffe ich jedenfalls. Ich habe die optimale Route berechnet. Wir kommen in Kürze an. Noch eins, ehe ich Ruhe gebe. Machen Sie sich keine Sorgen, B. Viel Glück, B. Mögen Ihre Pläne von Erfolg gekrönt sein. Warte mal kurz, ich mache mal kurz einen Schnitt. So, bin wieder da. Ja, du, ich rede mit... Bist du rund um zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Pappiges Soja-Chips, brustiges Leitungswasser und schon wieder ein graziger Morgen, wenn du schlafstimmer fennst. Stell dir vor. Du könntest das alles einfach hinter dir lassen. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Welthaus. Schicke das Wort Space an die 7299 und gewinne vielleicht einen einwöchigen Urlaub für zwei im schicken Crystal Palace. Zehn Casinos, fünf Pools, beste Braindance-Ausstattung und ihr werdet... Groß. Hey, alles bereit? Perfekt. Deine Kabine erwartet dich schon. Hey, boss. Wie? Ich habe lange darauf gewartet, der Afterlife-Legende ins Auge zu sehen. Und ich muss sagen, ich bin ergriffen. Schön, dass ich nicht enttäusche. Setz dich doch. Schieß los. Also weh. Mikoshi war ein Meisterstreich. Damit hast du Arasaka K.O. geschlagen. Du hast Eddies. Einfluss in der Stadt. Aber nicht nur das. Arasaka ist intern wie gelähmt. Hier und da haben sich Gelegenheiten ergeben und meine Leute haben sich so viel geschnappt wie möglich. Also ist alles für den Einsatz bereit. Die Info von Arasaka ist bestätigt. Das Casino testet gerade ein neues Sicherheitssystem. Und es stimmt. Sie werden es heute kurz abschalten. Ich denke, du wirst diesen Moment zu nutzen wissen. Hast du Zweifel? Hoffe, das heißt nicht, du willst aussteigen. Aussteigen? Jetzt? Nein. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Übrigens hat noch nie jemand so einen Einsatz durchgezogen. Wo ich herkomme, sagt man sogar, es ist unmöglich. Man sagt, dass du ein zu großes Risiko eingehst, dass du in die Sonne fliegst, um zu verbrennen. Deshalb hast du mich angeheuert. Weißt du, warum ich dich wirklich angeheuert habe? Weil du tatsächlich alles machst, selbst wenn es dich umbringen könnte. Selbst wenn du nur eine Haaresbreite vom frühzeitigen Tod entfernt bist. Morgen um die Zeit haben wir sämtliche Kundendaten des Casinos. Vergiss nicht deinen Teil der Abmachung. Oh, ich vergesse nie ein Versprechen. Viel Glück. Okay, bin auf Position. Perfekt. Fast auf die Sekunde. Jetzt ich. Hab das Signal erhalten. Satelliten sind down. Signaturmantel aktiviert. Denk dran. Du hast nur einen Versuch. Sag mir was, dass ich nicht weiß. Sobald es losgeht, gibt es kein Zurück. Keine Rettungsmöglichkeit. Keine Überlebenschance, wenn jemand was merkt. Sehr gut. Aber wenn das klappt, gewinnst du mehr, als du dir ausmalen kannst. Ich kann schon lange nichts mehr gewinnen. Jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Das klingt ziemlich deprimierend. Aber was weiß ich schon. Okay. 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 Das war's. Okay, los geht's. Over and out. 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 Out out. Over and out. Over and out.